Es werden immer mehr einzelne Fälle bekannt, wo Pegasus, die Spionagesoftware, die letzte Woche etwas Aufsehen erregt hat, eingesetzt wurden. Und Clubhouse, 3,8 Milliarden Telefonnummern sind geleakt. Die Hacks der Woche mit Martin Haunschmid. Herzlich willkommen zu den Hacks der Woche. Beginnen wir mit Clubhouse. Zum einen, weil die Story relativ schnell abgehakt werden kann. Zum anderen, weil sie dir wahrscheinlich diese Woche schon untergekommen ist oder unterkommen wird. Und ich will das Ganze ein wenig einordnen. Es gibt nämlich einen Datenleak, wo 3,8 Milliarden Telefonnummern von Clubhouse verkauft werden. Da liegt es natürlich nahe, das Ganze als Datenleak oder Hack zu bezeichnen. Dem ist aber nicht so. Laut Clubhouse wurde einfach per Bot abgefragt, ob eine Telefonnummer einen Clubhouse-Account hat oder nicht. Und die Schnittstelle hat diese Information zurückgegeben. Jetzt gibt es natürlich gefinkelte Herren und Damen da draußen, die das milliardenfach machen. Einfach jede Telefonnummer generieren, die existieren könnte und durchprobieren. Und das ist das Problem mit der Sache. Irgendeine Funktionalität muss es in Clubhouse geben, zu prüfen, ob eine Telefonnummer vorhanden ist oder nicht. Und die wurde da verwendet. Und da könnte man jetzt sagen, okay, hat es Clubhouse nicht geschafft, 3,8 Milliarden Anfragen irgendwie zu sperren oder überhaupt zu monitoren. Aber wenn es hier ein Rate Limit, also eine Anzahl an Requests pro Minute oder so gegeben hätte, dann wäre das einfach nur langsamer vonstatten gegangen. Und wenn das nur mit einem Account möglich ist, dann macht man sich halt einen Account und bottet das Ganze dann. So etwas wird man nicht vermeiden können. Das war ja auch bei LinkedIn schon mehrmals der Fall, dass einfach öffentliche Daten runtergeladen wurden oder Schnittstellenfunktionalität verwendet wurde, um eben Daten zu generieren. Aber was schon interessant ist, ist, dass Clubhouse eigentlich nur 10 Millionen Nutzer hat. Wo kommen 3,8 Milliarden Telefonnummern her? Na ja, Clubhouse verwendet da sehr viele Dark Patterns, die die Nutzer dazu bewegen sollen, das eigene Telefonbuch hochzuladen. Das heißt, im Durchschnitt hat jeder Clubhouse-Nutzer, Clubhouse-Nutzerin, 380 Kontakte hochgeladen. Und das ist eher mein Problem mit der Sache. Schön und gut, wenn ich mir einen Account anlege, dass der vielleicht via Schnittstelle abgefragt werden kann, ob der existiert oder nicht. Aber dass hier jeder Clubhouse-User noch einmal 380 seiner Kontakte durchschnittlich zur Verfügung stellt, sozusagen, da wird die Datenschutzbehörde noch etwas genauer hinsehen müssen. Zumindest ist dieser Leak an sich relativ nutzlos. Es ist wirklich nur die Telefonnummer und die Anzahl an Kontakte, die man in Clubhouse hatte. Das heißt, damit kann man nicht wirklich viel anfangen, außer eventuell verifizieren, ob eine Telefonnummer wirklich existiert oder nicht. Das könnte vielleicht sinnvoll sein für irgendwelche Spammer, aber das ist nicht mit anderen persönlichen Daten verbunden. Zum Pegasus-Projekt, da gibt es immer mehr Geschichten, die ans Licht kommen und Datenpunkte, die diskutiert werden. Unter anderem diese ominöse Liste, auf der die Enthüllungen basieren. Das sind 50.000 Telefonnummern, die angeblich Ziel der Spionagesoftware der NSO Group waren. Da fragt man natürlich, wo kommt so eine Liste her und anscheinend hat es jemanden gegeben, der die schon länger an den Mann, die Frau bringen möchte. Und der hat auch gemeint, dass die von einem Server in Zypern gehackt wurden. Die NSO Group sagt, wir hatten und haben keine Server in Zypern, was nur rein, rein, rein technisch vielleicht richtig ist. Die NSO Group hat ein Unternehmen aufgekauft, die hat einen Server in Zypern und als Unternehmensgegenstand bequemerweise noch die Ortung von Mobiltelefonen auf Basis ihrer Nummer. Also hier ist die Kommunikation seitens NSO Group aus meiner Sicht eindeutig eher manipulativ angelegt und zielt sehr stark auf die Plausibility-Deniability des Ganzen ab. Auch sagen sie zum Beispiel, die Liste kann nicht von unseren Kunden kommen. Gleichzeitig haben sie aber auch keinen Zugriff auf die Liste, die getargetet wird ihrer Kunden. Also ja, eventuell ist die Liste nicht von der NSO Group, macht die Geschichten, die rauskommen, eigentlich nicht weniger arg. Und da möchte ich herausgreifen den Fall von Prinzessin Lativa aus Saudi-Arabien. Die wollte aus dem Land fliehen, was ihr misslungen ist und wie sich jetzt zeigt, war da sehr wahrscheinlich Pegasus beteiligt. Weil in der Datenbank der Telefonnummern sind Zeitstempel enthalten, wann diese Telefonnummer der Liste hinzugefügt wurde. Und das deckt sich genau mit ihrer fehlgeschlagenen Flucht. Das muss man sich so vorstellen. Die Prinzessin taucht unter und kurz darauf wird ihre Telefonnummer in diese Liste hinzugefügt. Zu dem Zeitpunkt hat sie ihr Telefon aber bereits liegen lassen aus Angst vor Überwachung. Und dann werden der Reihe nach weitere Telefonnummern hinzugefügt von Personen aus ihrem Umfeld. Mir fällt beim besten Willen keine Erklärung ein, wie so eine Liste ansonsten entstehen kann, dass genau Telefonnummern von ihr und Personen aus ihrem Umfeld mit den richtigen Zeitstempeln, die sich mit ihrer Flucht decken, entstehen kann. Also ja, eventuell ist die Liste nicht direkt aus der NSO Group. Macht die Fälle, die nun rauskommen und die forensisch mit forensischen Analysen belegt sind, nicht weniger schlimm. Zu Kaseya und anderen Ransomware-Vorfällen. Wir erinnern uns, Kaseya war betroffen von einer Attacke, die im Endeffekt 1500 Unternehmen verschlüsselt hat. Die Gruppe, die dafür verantwortlich ist, R-Evil, ist danach einfach untergetaucht. Was jetzt ein bisschen komisch ist für die Unternehmen, die verschlüsselt sind und nicht einmal Lösegeld bezahlen könnten, weil niemand mehr da ist, der sie entschlüsseln könnte. Zum Glück hat Kaseya von einer vertrauenswürdigen Drittpartei die Schlüssel gekriegt, um all ihre Kunden zu entschlüsseln. Und das machen sie gerade. Ob das von einer Behörde kam oder vielleicht von Personen aus dem Umfeld der kriminellen Gruppierung, ist fraglich. Aber Bleeping Computer hat nachgefragt bei diversen Behörden, ob die mit dem Verschwinden von R-Evil zu tun hatten. Die haben alle verneint. Es ist also eher wahrscheinlich, dass der Gruppe das Ganze einfach zu heiß geworden ist und die einfach untergetaucht sind. Was zu einer Analyse von Digital Shadows führt. Die haben sich angesehen, wie viele Unternehmen im zweiten Quartal von Ransomware betroffen waren. Und zwar schauen sich die die sogenannten Data-Leak-Sites an. Also Seiten der Gruppierungen selbst, wo diese die Namen der Unternehmen veröffentlichen, die sie gehackt haben. Im zweiten Quartal waren das 740 Unternehmen, 60% davon in den USA. Was für mich folgendes heißt. Erstens, der europäische Markt ist noch nicht einmal wirklich erschlossen für diese Art von Kriminalität. Und zweitens, wenn die USA weiter so Druck machen in Richtung Ransomware, dann wird dieser europäische Markt bald erschlossen werden. Ich meine, das Business ist global, ist skalierbar. Warum nicht einfach in Europa weitermachen? Da hat man vielleicht sogar noch mehr Handhabe in den Verhandlungen, weil ja die DSGVO gilt. Noch zu einer vierten Story. Ich weiß. Das heißt, Serious Sam im Microsoft-Umfeld. Es gibt eine neue Sicherheitslücke, wie ein Security-Forscher herausgefunden hat. Und zwar haben User, alle Nutzer auf einem aktuellen Windows 10 zum Beispiel, Zugriff auf eine sehr wichtige Datei im Windows-System. Diese wichtige Datei enthält unter anderem den Passwort-Hash des Administrators und sollte eigentlich nur von einem Administrator am Rechner gelesen werden können. Dem ist nicht so. Das heißt, ein neuer Weg für Angreifer von einem unprivilegierten Nutzer-Account direkt zum Admin zu werden. Tja, Systemadministratoren für Windows-Systeme haben es nicht leicht in letzter Zeit. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Wie immer freue ich mich über deine Unterstützung. Wie kannst du mir helfen? Erstens, like, teile, share dieses Video, was auch immer der Algorithmus mag. Zweitens, aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Nur 2,3% der Prozonen auf Twitter haben es zum Beispiel eingeschalten. Also bitte machen. Und drittens, wenn du eine Web-Applikation hast, die getestet werden soll oder generell dein Unternehmen einen Pentest unterziehen möchtest, dann melde dich bei contact.martinhaunschmidt.com. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.